Leute was geht ab zu einem neuen Video, herzlich willkommen an jeden der eingeschaltet hat Heute in diesem Video soll es gehen und zwar um Greasy Grove Ihr wisst alle Bescheid, Greasy Grove war früher in Fortnite An die Leute die halt lange in Fortnite spielen Ich glaube das war sogar eher hier hinten wo Polar Peak jetzt gerade ist Beziehungsweise halt Polar Peak und das Stück wo ich jetzt hier unten bin Ich weiß nicht wie man das nennen soll, die Eisfläche nenne ich das auf jeden Fall Und wir wissen auf jeden Fall alle, dass diese Häuser alle in Greasy Grove waren Und jetzt muss man sich natürlich, also das ist meine Theorie, meine persönliche Jetzt muss man sich auf jeden Fall mal so denken Bevor ich mit der Theorie anfange, mache ich natürlich mal schön Werbung Digga Muss auf jeden Fall los, ne? Falls ihr neu auf dem Kanal seid, natürlich würde ich mich auf jeden Fall freuen Wenn ihr ein Abo da lässt und ein Like Und das finde ich natürlich teilt das Video Vielleicht habe ich ja recht bei der Theorie Beziehungsweise mit meiner Behauptung Und wir werden auf jeden Fall jetzt mal schauen Ihr seht ja alle, dass hier Warte, was soll ich noch sagen? Ich stehe kurz vor den Tausend, auf jeden Fall Dank an jeden der abonniert hat Digga, das ist so, was von unprofessionell nicht Naja, ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt das Video hier Ähm Wir sehen auf jeden Fall hier, das Ganze Ist ja Greasy Grove gewesen, ja? Ich baue mich mal ganz kurz raus, weil Hier unten kann man ja wohl wenig sehen Man sieht hier oben Ist, ich weiß nicht gerade wie das Gebäude hieß in Greasy Grove Auf jeden Fall ist das hier dieser Einkaufsmarkt Da hatten wir vorne ein Haus, hier vorne war der Dörr Burger, solange ich mich jetzt Noch gut erinnern kann Auf jeden Fall war hier, wo der Fels ist, der Dörr Burger Und wir wissen alle, dass der Dörr Burger damals geschlossen wurde Auf jeden Fall Hat das vielleicht was damit zu tun, Leute? Ich weiß es nicht Jetzt schmilzt ja sowieso die Karte, wie wir sehen können Warte, warte, Moment, Digga Mellow, Tanz erstmal hier machen Mellow-Stimmung Wer kennt ihn? Äh, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Karte Wir sehen, dass die ganze Ice-Map langsam am schmilzen ist Beziehungsweise schon weggeschmolzen ist Und wir müssten mal warten Bis der hier unten angekommen ist Bei dem Felsen Es kann wahrscheinlich morgen oder übermorgen sein Und dann sehen wir, was passieren wird Also meine Theorie ist, dass es vielleicht sogar anfängt zu schmilzen Und unser altes Greasy Grove wiederbekommen Das wäre mega nice Weil ich habe Greasy Grove gefeiert, muss ich echt sagen Auch viele meiner Freunde haben es gefeiert Und das wäre auf jeden Fall mega korrekt Wenn das Epic Games wieder machen würde Nur wir wissen, Epic Games macht Sachen Die verstehen wir manchmal auch nicht Na, wir hoffen es natürlich Auf jeden Fall ist das meine Theorie Und ich hoffe, dass wirklich Greasy Grove wiederkommt Weil Greasy Grove war so geil Ich meine, was wollt ihr hier machen auf dem Eis? Das ist langweilig Außerdem kommt jetzt bald der Sommer Wir haben jetzt Frühling langsam Okay, wir haben noch Winter Aber wir haben bald Frühling, da kommt der Sommer Und dann würde es einfach generell gar nicht lohnen Mehr hier diese Eisschicht zu haben Deswegen gehe ich stark davon aus Dass hier wieder Greasy Grove hinkommt Und ich glaube, das wollen sogar sehr, sehr viele Falls ihr was anderes denkt, was hiermit passiert Dann schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare rein Und dann würde ich sagen Falls euch das Video gefallen hat Beziehungsweise diese Theorie Lasst doch gerne mal einen kostenlosen Like und ein Abo Falls ihr euch mich unterhaltsam findet Ja, mein Deutsch ist auf jeden Fall wieder am Start Sprachen lernen mit Babel Man kennt ihn, Digga Und dann würde ich sagen Sehen wir uns zu einem neuen Video Oder streamen wir da Bis dann Haut rein, Digga Das mache ich hier Genau Würde ich sagen Haut rein Lasst doch gerne mal alle noch ein Abo da Wir stehen kurz vor den 1000 Dann macht ihr auch alle gleichzeitig beim Gewinnspiel mit Und teilt gerne das Video Und vielleicht habe ich ja mit der Behauptung recht Dass es wirklich dann so passieren wird Und falls ihr was anderes denkt Wie gesagt Dann schreibt mir das auch mal gerne unten rein Was ihr denkt Was hier unten mit der Eisschicht passiert Weil ich denke mal Was soll denn sonst hinkommen Da muss entweder Creasy Grove Oder eine andere Stadt hinkommen Aber Creasy Grove war eigentlich schon ziemlich nice Dann würde ich sagen Haut rein Bis zum nächsten Video Euer Stream Euer Splashot Ciao 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 Ciao